So, hallo liebe Schulgemeinschaft. Wir rentieren gerade in der Aula, wir einen Gast haben, einen Herr Professor Gill, der uns nochmal was zum Thema Kant sagt. Haben wir heute hier tatsächlich den 300. Geburtstag gefeiert. Mit Gesang, mit Performance, mit Theater, mit Texten und wollten damit das Kantjahr beginnen. Also hier ein kleiner Einblick aus dem Backstage-Bereich. Hier wird gerade in der Aula in zwei Durchgängen der 39. Geburtstag gefeiert und der Schulgemeinschaft klargemacht, dass wir jetzt bis zum Dezember, mindestens bis Dezember, immer wieder Kant, sein Leben, sein Wirben hier bei uns thematisieren möchten. So, dann beenden wir doch das aus dem Backstage-Bereich, die Übertragung mit Freude schöner Götterfunken. Jetzt singen gleich die fünften und siebten und sechsten Klassen zusammen und die Aula soll gerne mitsingen. Der Text wird eingeblendet, man hört schon am Klavier, wird das Ganze begleitet von Frau Kirch und Herrn Hirschberg. Und jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. Da sitzen, stehen die mit dem Chor. Los geht's, wir hören mal rein. Los geht's, wir hören mal rein.